hier als bestimmungsmacher ruhig wäre pass erhalten level 1 ich kann jetzt ein sphäre level ist wäre es überhaupt level 1 vorbei wahrscheinlich wie es aussieht da erst mal dich kaputt hauen es dann wacker erstmal angriff auf das fliege ding menschweise schwebeauge aber der name fliege ding ist genauso beschwörend genauso intelligent wie schwebeauge meteorit das dürfte dir wehtun nicht ich dachte meteorit wäre feuer element ja dann habe ich falsch gedacht dann ein feuer das ist ja super gelaufen die fritt beinahe direkt falsche taste das hat kein level abgekommen sondern wacker erstmal wir wollten hierhin dann ein kraft sphäre ist dann hierhin nicht das heißt verriert war dann ein level 1 stopp das level 4 das bild 2 ich habe doch dieses gegen diesen pass ja war nur ein vielleicht hier bei dem titel ist hier irgendwo 1 stopp was ist das denn glückstecken weil ich glaube ich so ein wert steckert man jetzt noch nicht hier waren der breite stopp wenn ich aber den ganzen weg zurück lachen auf das fährt naja lassen wir erst mal zurück ins menü und noch mal schnell ein paar vitas auf die leute auf die lust ich habe zu viel einkauft ihr bitte verwendet dies ja es passiert mir auch immer wenn ich unterwegs bin dann hoffe ich so viel ein und gibt das random leuten die mich ansprechen ja der ist irgendwie ein bisschen schwer zu bestimmen wen ich jetzt angreifen sollte ich weg mal mit lulu die kann ich war ja auch für einsetzen und da muss ich mich extra den ifrit rufen der dann kaputt gemacht wird wahrscheinlich sogar noch da lass mir jünger doch bei diesen kämpfen erst mal erst mal draußen der robert lulu wegen ich sage direkt noch mal hat sie erfasst so viel wie jetzt sogar mehr als vater maximal möchte nur die ap von juna auch noch ein bisschen verbessern die marie können wir auch noch mal verbessern weil der hängt auch so ein bisschen hinterher versuch mal alles zu benutzen das spiel anscheinend man alle benutzt von jeder das hat ja gut funktioniert der damit ja auch mal ein bisschen was der wild ex kraftbächer schön gut du haust drauf das ist mal aber mal den blinti probieren ja das ist schon besser ich hätte den kraftbächer noch mal benutzen sollen ne auren hat nicht so viel mp sehe ich gerade deswegen lassen wir das mal feind ich könnte auch haste einsetzen aber so viel mp hat titus jetzt auch nicht ja dann haut mal drauf jungs ihr habt jetzt zwei runden den zu besiegen wenn er es nicht macht genau macht auren es halt hat jetzt sind ein essender erst mal die haupte für die marie aus gucken die haupte durchschlag ja ist ja wunder herrlich über die essender für dich nein so finde ich ein kraft wandler was ist das denn der bild die hier bitte es ist alles nicht so die geilsten abilities die sie gerade lernen können oder fängt mit also bei den meisten kann man irgendwie noch mal zurückgehen und dann level 1 oder so der freischaden das kibari neben aber bei ihnen fängt das aber kraftbächer an und dann geht es aber erst mal weiter ne du sollst dich bewegen schon benutzen kaufs ferroid für die haupte das menü dann ein bisschen vita für alle weil ihr habt alle ein bisschen was abbekommen warum hat jetzt die meisten hp erste kiste und herrlich habe ich so das gefühl dass ich dieses gebiet sehr wiederholt das ist mal gerade der am wenigsten ab hier hat da geht ihr darauf die kackbächer ja das macht ihr wirklich ihr seid so scheiße eigentlich der der nicht drankommt möchte ich jetzt auch ja der kick kanal ap das ist interessant heißt ihnen mehr man macht desto mehr geht man an wofür das andere mal steht es wäre gut locker das mal ein paar mp gebrauchen und die kommen da jetzt gleich was haben wir dann hier noch mal die regierung fortuna das alles so nicht jetzt ist bei dir so ein bisschen fehler platz wacker gut aus und geht nichts schief nimmt jetzt hier ist so eine kille halten okay wie gedenken das wäre jetzt besser wenn wir ein ludo da reinholen feuer auf das eis dinge als element heißt es wahrscheinlich darauf geachtet wie das vieh heißt ok gut hier ist irgendwie eine kutsche und das links von uns steht da einer du kannst was tauschen gegen die marie damit ja auch mal ein bisschen der wird er doch durchschlag deswegen machen wir das mal auf general do panzer das hat ja gut geklappt war halt du nicht auf monster aus wenn sie sie abt erst mal auf ihn nicht angriff sondern schwarz magie feuer auf das da auf das element marie ist ein bisschen zu schwach machen wir da gar nicht so hat er gut geklappt gut meine ich nicht so toll hat er auch durchschlag ich will euch das mal ein schwächer was für die sachen war da die wollten nutzen angriff sie benutzen benutzen kostet ihre abwehr und 2 soll ich heilen ja ich glaube ja viel jetzt kann man einfach noch mal ist ja nicht ja da ist eine kutsche das sind die beiden wieder okay wieso musste die informationen gehen damit das weitergeht gibt dir das dafür sagst du nicht weiter dass ich gezittert habe let's see some hustle erst mal auf den bohren auf den augen dann auf den hund ein feuer auf das teilchen weiß so heißt das wie ich weiß das teilchen und teil stehen da habe ich jetzt habe ich aber wirklich schon mal gemacht auf den prüten teilchen und das verruhiert die erhöht die mp dass wir vielleicht mit deutsch würden wir hierhin kommen und hier wäre auch alles zu da würden wir nur da würden wir nicht mal die ability lernen sondern aber hier dann vorstehen level 1 ich weiß ja nicht naja wacker muss auch noch verbessert werden das wäre jetzt für sich mp das wunderherrlich bei der viel zu wenig mp wird gut und dann nicht was ist mit dir los sind viele mauser nimmt das und pass auf dich auf bei portion die sind so nett die leute wacker auf den hund gut die marie die auf general du panzer gut und ist mit feuer auf das kaltchen weiß gut 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 wir wollten doch juna noch trainieren hallo du die jungen salaten sind vom sieg überzeugt aber wir älter mit erfahrungen sind das etwas skeptischer was für einen wieg über wen hier dürfte bartenden gelände sein oder ja da muss ich ziemlich gut deswegen muss ich das ist das eurer schon dann müsste ich aber doch der level 1 wäre es nicht mehr für die ap und die abwehrkraft das ist ja käse ich weiß nicht ob ich das benutzen werde direkt am anfang hier ihr beiden was ist los hey we saw the game you guys were great it was close waka hey stop loafing around the lady summoner and her guardians this mission requires our full attention we've no time to waste understood yes ma'am apologies ma'am carry on menschen offensiver gegen wen gegen sim see keep your head down say sir a lot and you'll do fine right sir hey yuna even though yevon rejected us we still believe in you that won't ever change thank you sir luzu sir gada but you know it's not too late for you to go back to be said and we should be going sir wieso sind die vom orden ausgeschlossen was haben die beiden getan dass sie nicht bix und wetsch heißen geht mir auch ein bisschen auf den keks weil sie haben bix und wetsch energie warte mal noch ja hör mal auf dragonik auf das große tier ich hätte es keine ja das kleine wieder waren auch nicht gestorben wenn ich so sein äh tex äh binti der große was magie blitz auf den klein damit der schon mal weg ist oder auch nicht peintech sprung lamm jetzt elementarschaden auf alle gegner ok dann haben wir es beim äh haut drauf lern mal was von dem das wäre schön mitten ins fressbrett wie das noch 150 ok nochmal ah komm auch mit feuer wieso nicht sowieso egal welches element man auf den einsetzt der schwach also der hat keine schwäche gegen eins von allen hier ist keine kiste irgendwie hat ein level up marie also für ihn benutze ich das level eins in der ohne am anfang alles so mit euch los sehr ok oder mich na das ist das mal auf das fliege ding auf den heraldopanzer jetzt lebt noch und dann ich glaube der ralopanzer der macht bisschen mehr schaden deswegen ok eis machst du nicht ist eigentlich auch worst weil du bist sowieso fast tot deswegen macht wakka auch so viel schaden auf den ralopanzer weil eis das viel eine eisschwäche hat ich weiß dass ich damals nicht so oft die charaktere gewechselt habe sondern wirklich titus wakka ja vielleicht auch jemand anders titus auren jungler wahrscheinlich oder lulu ab und zu mal äh wenns erstes wird werden auch wir mit aller kraft für den sieg kämpfen ohne den willen zum sieg kann keine schlacht gewonnen werden welche schlacht gegen wen gegen was okay okay jevans teachings say enough i i i i only meant to are you alright lady summoner yes i am yuna it is an honour my lady my name is shalinda i am a disciple of jeven What was all that about? The Crusader's operation? You mean the one Gata and Luzu were talking about? I heard they were to use forbidden makina. I had to stop them. Huh? Why? The use of makina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Yeah, right. But you don't understand. The Crusader's won't even listen to me. And it's all because I'm just a lowly acolyte. Don't say that. Huh? Well, I haven't been a summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down. Every time I fail. People are depending on me. They're depending on both of us. Yes. Yes, you're right, my lady. Absolutely right. Thank you so much, Lady Yuna. Now, I feel I have the courage to finish my training. Okay. Sagst du noch was? Oder gibst du mir was? I will do my best to get myself appointed to a temple. As a nun. So, dann nochmal auf dem Sphero-Brett ein bisschen umgucken. Bewegen. Gehen. Benutzen. Das heißt, Ferroid. Und dann müssen wir eine Weile zurückrudern mit Kimari. Das ist ein bisschen doof, aber naja. Boca. Boca. Bewegen. Bewegen. Gehen. Benutzen wunderspheroid. Was ist das für eine Ability? Anpeilen. Okay. Wahrscheinlich kann man dann besser treffen oder so. Halen brauche ich nicht, weil Yuna hat sowieso nicht mehr so viel MP. Deswegen lassen wir das erstmal. Aber es dürfte ja auch jeden Augenblick. Und da hätte ich. Ein. Ein Speicherspheroid kommen. Okay. Auf. Ich. Ja, das hat ja geklappt. Dann auf das Schwebeauge. Schweißmagie. Feuer auf das weiße Teilchen. Na, lass das mal. Ähm, das ist Ragonik ein. Noch mal aufs Sphero-Brett. Marie. Ja, zurück. Tutu nicht. Wenn man sie. Deswegen hierhin. Hier bitte. Benutzen. Spheroid. Über mehr Abwerkkraft. Blühträume am meisten, glaube ich, so ein bisschen. Was aber auch nur so ein Nebenprodukt ist, weil es so viele, ähm, Magiegegner gibt. Oder Magieanfällige Gegner, sagen wir es mal so. Brauchen Topf mal drei. Ah ja. B ist langsam gehen. Was ist denn hier los? Wie irgendwas Scheru? Bist du hier? Aber das ist in unserer Bed-Shop. Ist das ein Problem? They, they don't believe in Yevon. And in Luka, they, they kidnapped Yuna. Where were her guardians? Oh. Sir Oren's just concerned about your health. I'm not tired one bit. Well, I am. Ach, der rassistische Waka. Ja, ich will sagen. As if I can sleep. Jetzt war ich schon seit 100 Jahren. Okay. Oder seit einer Stunde ungefähr. Aber hier sind auch Albert, also, und normale Leute. Mr. Rin's Shops are all over Spira. They are quite convenient when you're on the road. Gibt's auch schon ein Zimmer. Äh, ich will trotzdem mit dem reden. Okay. Dann kann ich mit dir reden. Willkommen. Dies ist der Plan des Reisebedarfs. Ausrüstung ansehen. Er verschwört. Vater Morgana. Halbert. Aber die Vater Morgana sieht ganz nett aus. Für den guten alten Oren. Weil die hat Angriff plus 3. Deswegen kaufe ich mal die Vater Morgana. Äh. Ich kaufe mir ein paar Sachen. Wie zum Beispiel. Das Langschwert brauchen wir nicht. Oder behalten wir die Sachen erstmal. Wie behalten sie erstmal? Äh. Items. Da kaufe ich mal. Bis wir 20 haben. Wenigstens, bis wir 20 haben. Äh. Bis wir 20 haben. Bis wir 20 haben. Bis wir 20 haben. Eine Handgranate. Äh. Was machen wir mal? Von der Weltkarte überlegt über Spira. Äh. Wieso nicht? Ich hatte schon eine. Cool. Wo kann ich die denn angucken? Die Weltkarte. Hier vielleicht bei wichtigen Items. Da wird Karte. Aha. Ist in der Sprache geschrieben, die ich nicht verstehe. Und nicht japanisch oder so, sondern das ist wirklich hier, äh. Soll das Cinder sein, dass der Feuer spuckt? Das Vieh da. Im Wasser. Aber da gibt es mehrere Viecher im Wasser. Okay, zwei eigentlich noch. Und ein paar Boote. Ja, äh. Die Karte kann ich nicht wirklich... Also, die bringt mir nicht wirklich viel. Okay, hallo Lulu. Was ist los? Hier haben wir alle Probleme. Das ist so schlimm, ein paar Maschinen zu benutzen, also. Naja, wenn man bedenkt, dass... Die denken, dass wegen Sin... Also, Sin kam wegen den Maschinen. Ich glaube nicht, dass Sin kam wegen den Maschinen, aber... Das glauben sie ja. Deswegen sind Maschinen verboten. Die war wahrscheinlich am Beten oder nur am Stillen. Aber dann... A new Sin will be born anyway. Well, then you can just beat it again. I wish I could. Hey, you can. Trust me. You are the best summoner out there. Yuna, why does Sin always come back? Sin is our punishment for our vanity. And it will not go away until we've atoned. How do we do that? What did we do that was so bad in the first place? Ah. Was it using lots of machina or something? Ah. Wait. Was that such a bad thing, really? It's funny. Ever since I was young, I never questioned it. But now that you ask me if it is that bad or not... I don't know. There are so many things I don't know. Well, then we're the same. Oh, such thinking is very unbecoming of a summoner. Sound like Micah? That's not very nice, you know. You know... During a game, you have to think of Blitz and nothing else, you know? Okay. Hmm... Ah. You can't think... That's a cute girl in the fifth seat from the right. And you can't be thinking about where you're gonna go on that date. Because the minute you do, that's when you lose. You see, Yuna, what I mean is... You really shouldn't worry, you know? After we beat Sin, that's when you can worry about the future. I guess. I don't know what happens when Sin... Also, when Sin besiegt wird. But Yuna... How are you supposed to be something big like that? The final summoning. It's the only way to defeat Sin. The only way. With it, we can call the final Aeon. That's the goal of the pilgrimage. The faith of the final summoning lies waiting in the far north to greet summoners that complete their pilgrimage. At the world's edge in Zanarkand. In Zanarkand? But... She means the ruins of a city destroyed a thousand years ago. And she doesn't have Zanarkand. You sure it's ruins? That's what I've heard. You'll see it for yourself. Soon enough. Yuna, come back inside. You will go with us. To Zanarkand? Yeah. I'll go. I'll go to Zanarkand. To see it with my own eyes. If they're still running. I knew. It couldn't be my Zanarkand. But... I had to make sure. I had to make sure it's not that they're going to walk away. It's a little bit more. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Bis zum nächsten Mal.